Wie alle Lebewesen können auch Kleinsäuger einmal krank werden. Auch bei größtmöglicher Hygiene können Kleintiere von ihrem Ausflug, sei es im Freigehege wie auch in der Wohnung, einen Ungezieferbefall mitbringen. Auch hierfür bietet BFA die richtigen Lösungen. BFA Ungezieferzerstäuber wirkt sicher gegen äußere Parasiten bei Kleintieren, wie zum Beispiel bei Meerschweinchen oder Hamstern. Auch zur Vorbeugung eines Parasitenbefalls ist dieses Produkt sehr zu empfehlen. Eine andere Form der Anwendung bietet BFA Antiparasit Spot-On. Die modernen BFA Antiparasit Spot-On Produkte eignen sich insbesondere für schreckhafte Tiere. Die Tropfen werden einfach in den Nacken der Tiere geträufelt. Teilen Sie hierzu das Fell an der zu behandelnden Stelle und träufeln BFA Spot-On auf. BFA Antiparasit Spot-On gibt es für zwei verschiedene Gewichtsklassen. Einmal für Kleintiere von 300 bis 700 Gramm Körpergewicht und für 700 bis 1600 Gramm Körpergewicht. Antiparasit Spot-On wirkt gegen äußere Parasiten wie Milben, Flöhe und Läuse. Wenn es einmal im Bauch grummelt, ist BFA Santalina N6 bei stressbedingten Darbstörungen, Dickbäuchigkeit und Durchfall ein bewährtes und hilfreiches Mittel. Santalina N6 kann komfortabel über das Trinkwasser verabreicht werden. Bei Fragen kann Ihnen Ihr Zofachhändler sicherlich noch weitere wertvolle Ratschläge geben. Bei länger anhaltenden Problemen sollten Sie allerdings Ihren Tierarzt zur Rate ziehen.